und dann begrüße ich erst mal luca hammer hier zum interview schön bei der mbl freut mich dass du zeit dafür hast gerne nachdem du ja jetzt den dank des monats gewonnen hast brauche ich auch ein kurzes statement von dir ein kurzes gespräch hast du das nebenbei selbst erfahren haben leute dir bescheid gesagt wie bist du darauf aufmerksam geworden ja ich wurde auf jeden fall ein paar insta stories markiert und kumpels von mir geschrieben und so weiter ja dann bin ich selber drauf gegangen und habe mich natürlich riesig gefreut ja war auf jeden fall eine sehr knappe abstimmung diesmal waren mehrere knappe rennen und hast du dich dann gut gewissen durchgesetzt ich selbst war auch schwer beeindruckt solider ali hub auf jeden fall im zuge des spiels auch gegen eine gute mannschaft wahrscheinlich auch ein nice momentum oder auf jeden fall hat gepasst san land hat mir den ball gespielt und der pass war perfekt muss ihn letztendlich dann nur noch rein danken war ein geiles gefühl genau ich denke wenn du jetzt dann die anerkennung vom preis bekommst dann wird auf jeden fall noch mal was fällig für den teamkollegen für den pass oder auf jeden fall ja doch mal kurz zu dir du spielst ja bei den junior löwen braunschweig jetzt auch noch nicht so lange kommst ja eigentlich auch von der usc magdeburg richtig ja wie hast du dich da so eingelebt in der mannschaft wie ist die die umgewöhnung für dich aus der landesliga jetzt in der nbbl ich war vorher bei der jbbl schon dabei in braunschweig ist natürlich was ganz anderes als in der nbbl zu spielen aber dadurch dass dort auch maxim hoffmann mein coach war der ist jetzt trainer in wolfenbüttel super coach gewesen hat mir immer geholfen und durch ihn konnte ich mich auch gut weiterentwickeln jetzt nbbl bin ich jetzt in meiner zweiten saison und soweit so gut mein team super verstehe mich mit allen gut und genau magdeburg braunschweig ist jetzt auch nicht gerade direkt um die ecke was war so das besondere für dich für braunschweig was was hat da gepasst vor allem vor allem so hat mir auch das image dort gefallen das heißt dennis ströder und so das kam jetzt noch dazu vorher war ja braunschweig normal sozusagen nur braunschweig aber es hat natürlich auch beigespielt dass ich mich entschieden habe dort auch zu bleiben und dort weiter zu spielen genau wie bekommt ihr so als mannschaft im verein den den einfluss von dennis mit insgesamt wie sich der verein verändert hat jetzt durch die neu ausrichtung ja wurden auf jeden fall noch mehr professionelle trainer geholt und gute ausstattung ich denke dennis hilft da im hintergrund sehr mit und genau in dem sinne gute organisation jetzt die aktuelle saison da haben wir jetzt im vorfeld ganz kurz drüber gesprochen es ist so ein bisschen unsicher momentan wir haben hier und da noch mal krone absagen wir wissen nicht genau wie es weitergeht ist das in der mannschaft ein thema wie geht ihr damit um untereinander sagt ihr euch ihr wollt einfach trainieren spielen ja ich denke für jeden in meiner mannschaft auch ist es wichtig dass er genug training bekommt um sich auch weiterzuentwickeln trotz der corona sache ich meine das jetzt schon mit corona relativ lange und wir wollen uns alle einfach bloß bestmöglich weiterentwickeln und so wenig wie möglich uns beeinflussen lassen durch die corona sachen ja wenn ihr jetzt auch also wir gehen natürlich alle davon aus dass wir zu weitermachen können dass wir möglichst viele spiele noch haben wenn du jetzt noch mal auf den saisonverlauf siehst wie zufrieden bist du bislang mit dem was der als mannschaft erreicht hat wie so die hauptrunde läuft ich sag mal so wir hätten es uns vielleicht noch besser vorgestellt aber erst mal ist es wichtig nicht auf die abstiegsplätze zu kommen und ich glaube wir stehen jetzt vier vier ist natürlich ausbaufähig aber ich denke wir können da vielleicht noch mehr sozusagen in der zweiten saison hälfte noch einiges reißen vor allem wenn wir alle wieder gesund sind und wieder eingespielt war ein paar spieler ja auch verletzt und genau ich denke da ist noch mehr möglich jetzt ja ich denke alle haben auch gesehen dass wir auch in so spielen wie jetzt gegen münster zum beispiel auch wenn die jetzt mittlerweile sich den tabellenplatz relativ gut gesichert haben dass ihr da auf jeden fall mithalten könnte dass ihr da auf jeden fall auf einem niveau spielen könnt das würdest du sagen sind so die ausschlaggebenden punkte dass man dann ja vielleicht die leistung nicht immer konstant abrufen kann ich denke vor allem auch durch viele ausfälle von auch wichtigen spielern bei uns im team es ist immer schwierig dann den rhythmus beizubehalten und natürlich jeder spieler spielt anders gut mit verschiedenen mitspielern und ich denke einfach es ist schwierig sich immer auf verschiedene teams gleich einzustellen wie auch das was zum beispiel davor der fall war oder wie auch immer ist einfach wir haben an sich eine sehr gute chemie wir kommen gut miteinander klar und san anders zum beispiel und das center ist auch guter brennpunkt im team wenn er zum beispiel nicht dabei ist es immer schwierig auf den großen positionen vor allem aushelfen zu können und ja aber ich denke bisher haben wir das relativ gut noch gedeichselt und haben als team zusammen agiert und konnten so auch einige siege noch einfangen ja du hast jetzt gerade schon chemie angesprochen center position einzelspieler so was glaubst du was sind die schwierigsten komponenten eurer mannschaft die gegnern vor allem problem bereiten also worauf hat keiner bock gegen euch also auf jeden fall wenn der ball inside geht erstmal zuseinander oder wir haben natürlich auch gute dreier werfen im team zum beispiel mich jamil kevin raffael wir können alle gut den dreier werfen und ich denke wenn sich die defense aufs aneinander beschränkt dann hat er gute räume um selber zu kreieren oder auch rauszupassen für uns dass wir was kreieren oder pick and roll auch eine stärke genau am offensiven brett finde ich haben wir es bisher gut gemacht und gut agiert so weit richtig da müsste man auf jeden fall aufpassen auf uns ja es ist auch schon ein paar mal aufgefallen beispielsweise jetzt auch in dem spiel mit deinem dank mehrfach in spielen bei sport total die zu sehen waren dass ihr auch athletisch einfach sehr gut aufgestellt seid würdest du da auch sagen dass der verein großen anteil daran hat dass alle spieler sich auf dem niveau dauerhaft bewegen können ja natürlich also athletik spielt natürlich immer eine große rolle im basketball und bedeutet auch fallen in wichtigen spielen durchhalte vermögen dass man einfach athletische fähigkeiten sehr wichtig ist im basketball und braunschweig das training hilft uns auf jeden fall dabei weiter und richtig ja das kommt dann glaube ich dir auch zugute für die zukunft vor allem weil du wirst ja jetzt in wenigen tagen 18 jahre alt dann muss man natürlich auch schon mal ein paar schritte nach vorne gucken wie stellst du dir basketballerisch noch deine zukunft vor in den nächsten fünf jahren vor allem also ich versuche auf jeden fall mein weg weiter zu gehen und bestmöglich mich weiter zu entwickeln und an meinen schwächen und sowohl als auch an meinen stärken zu arbeiten mich einfach weiter zu entwickeln und richtig ich möchte einfach noch besser werden und dann gucken wohin die reise führt und wenn wir jetzt noch kurzfristiger denken wenn wir jetzt auf den rest der saison denken was meinst du ist noch drin für euch was steckt ihr euch für ein ziel ich denke mal unser bisheriges ziel war es ja erst mal die cluster jetzt zu halten im braunschweig aber es hat sich jetzt ein bisschen besser entwickelt als sie wahrscheinlich alle dachten und mal gucken wie weit noch der weg in den ich glaube wir kommen ja in die playdowns wie weit es da wie wir da noch mithalten können und wie es da aussieht ich denke mal wir wollen halt die einen oder anderen siege dort noch einfahren und so weit wie möglich von den abstiegsplätzen weg kommt genau ja jetzt auf jeden fall sehr interessantes projekt insgesamt der verein wie er sich verändert hat ich glaube das sieht ganz basketball deutschland schon sehr gespannt hin deswegen ich wünsche euch natürlich alles gute auch für den rest der saison dann dank des monats hast du auf jeden fall schon mal ein kleines tüpfelchen gesetzt da gratuliere ich dir auch von meiner seite mal ganz herzlich zu am ende der saison kommen wir dann noch mal zusammen dass wir die gesamten dank von allen siegern noch mal gegeneinander ein bisschen ausstellen und dann mal rund ums top vorschauen welcher der beliebteste dank war ja ich danke dir erstmal für das gespräch cool dass du dafür zeit hast für ein paar insides aus dem verein ich denke das hilft vielen auch weiter und wenn du möchtest dann würde ich das letzte wort jetzt noch dir überlassen genau ich will mich auch erstmal bedanken auch für alle die für mich gewartet haben und heute noch ein kleines wort verlieren zu den anderen teilnehmern dieses monats waren auch starke starke dank dabei und ich denke jeder hätte verdient gehabt zu gewinnen ja und ich freue mich dass ich dabei sein durfte und dankeschön sehr sehr cool von dir immer gut anerkennung an die anderen weiterzugeben danke nochmal an dich danke an das gespräch und viel erfolg für den rest der saison dankeschön